ich mache jetzt youtube-videos zwei videos richtig sich an spieler die die story ohne große gameplay herausforderung erleben möchten aus solchen erleben es richtet sich an spieler die 1a eingermaßen das abenteuer suchen gott vorletzt es ist besser part wir machen es auf dem mittel schon wieder muss man kann man leider nicht geht es jetzt ab auch die leviantra axt auf ballern mache ich gerne hat der akkistion zwar nicht jedes video wird lang sein nicht jedes ich werde jetzt geballert gott vor kann ich irgendwie vor schulen ab steig jetzt in das boot Gratis. Gute Frage für einen Baum. Soll ich ihn nochmal ans Boot binden? Ist da warum nicht viel zu schwer für den Kanu? Das reicht aus. Reicht immer alles aus. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt wird gefahren, Alter, ist so schnell. Alter. Ja, Vater. Bio-Armik. Den morschen Baum einfach raus im Wasser holen. Also wenn jemand wirklich so eine Stärke hat und so einen gigantischen Baum tragen kann, dann lach ich aber. Faschi Hulk. Faschi Hulk. Faschi Hulk. Faschi Hulk. Faschi Hulk. Ach ja. Kratos. Der bewegt sich gerade von selbst. Das war der letzte. Guck. Ha. Guck. 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 Hau. Guck. Hau. Wart war es. Also wenn man weiter sowas schwafelt, er nicht. Sie ist bereit. Finde nach Hause, du bist frei. Untertitelung des ZDF, 2020 Tut mir leid Das hilft Das Messer gehörte ihr Jetzt ist es deins Kannst du jagen? Ein bisschen Zeig's mir Jetzt? Jetzt Was jagen wir? Du jakst Hirsche Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind Na dann, äh, hier lang Da lang, wo die Hirsche sind Kann ich jetzt mich mal bewegen? Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab Jage Was hast du gefunden? Spuren Aber nicht von einem Hirsch Ich suche weiter Oh nee, ich öffne doch nicht die Kamera Ich öffne doch nicht die Karte Wieder Spuren Ja, aber sie sind zu rund Vielleicht ein Wildschwein Gut Oh, was jetzt? Hier lang, Junge Oh Halt Hirschspuren Frisch Hier lang Langsam, Junge Tut mir leid Du willst Hirsche jagen Nicht verjagen Ja, Vater Er hat unsere Brücke kaputt gemacht Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite Los Oh Was ist hier passiert? Da ist er Warte Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht Schieß nur Schieß nur Wenn ich es dir sage Tut mir leid Das ist belanglos Mach es besser Finde ihn Finde Finde ihn Hm Ein Bogen Nein Du bist nicht bereit Bleib zurück Nein Ich bin Dann Wo Ich bin Ich bin Wie Schrei Ich bin Sie Ich bin Schrei Ich bin Ja, geht. Oh, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Oh, zwar kein Leben, aber auch gut. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Eine Ausreden. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir suchen ihn.